Aus dem Vierkampf, der gestern ausgetragen wurde und erste Turnerin ist die 15-jährige Tatjana Godenko aus der Sowjetunion, Vornote 9,70. Sie stammt aus Krasnoyarsk in Sibirien, war gestern Vierte im Mehrkampf oder im Vierkampf, ganz wie sie wollen. Tatjana Godenko. Zuckahara gewüfft, also ein Doppelsaldo mit ganzer zusätzlicher Drehung um die Längsatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Letzte Sprungbahn. Doppelsaldo gewünscht. Doppelsaldo gewünscht. Doppelsaldo gewünscht. Doppelsaldo gewünscht. Doppelsaldo gewünscht.